Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Erklärvideo des Wiener Bildungsservors. Heute zur Frage, was sind Medien? Buch, Mobiltelefon, Radio, Zeitung, Konsole, Fernseher, all das sind Medien. Und dann sind da noch die unterschiedlichsten Kategorien, in die Medien unterteilt werden können. Heiß, kalt, digital, analog, primär, sekundär, interaktiv und jetzt mal ehrlich. Wer kann sich da noch auskennen? Deshalb möchten wir versuchen, hier ein paar Einordnungen zu schaffen. Das Wort Medium kommt vom lateinischen Mitte bzw. Medius in der Mitte befindlich. Es ist demfolgend ein vermittelndes Element, das aus vielen, fast allen Bereichen unseres Lebens nicht wegzudenken ist. Wenn wir über Medien sprechen, meinen wir zumeist Fernseher, Zeitung, Radio und Internet und klassifizieren sie als Massenmedien, weil sie eine große Zahl an Menschen erreichen können. Das ist also eine Form der Kategorisierung, Massenmedien und sogenannte Targetmedien, eine Unterscheidung aus der Werbebranche. Während die einen eine möglichst breite Masse erreichen sollen, sind andere zielgerichtet auf eine vorbestimmte Gruppe. Damit sind wir auch schon beim Grund der vielen Definitionen und Kategorien, die alle ihre Berechtigung haben. Je nach Branche, nach Wissenschaft oder nach einzelnen Forschungsprojekten wird eine andere Definition und bzw. oder Kategorisierung von Medien notwendig. Je nachdem, was im Fokus steht. Ist es die Zielgruppe, der Begriff, die Wirkung oder vielleicht noch etwas ganz anderes? Im Bereich der Bildungswissenschaften müssen Medien zumeist in Bezug auf ihre Vermittlungsrolle betrachtet, definiert und kategorisiert werden. Und trotz dieser Eingrenzung ist auch in den Bildungswissenschaften keine einheitliche Definition zu finden. Auch hier unterscheidet sich je nach Schwerpunkt oder Forschungsprojekt die gewählte Definition. Worüber allerdings Einigkeit herrscht, ist, dass es möglich ist, Medien sehr breit zu definieren. Dies mag zwar für einzelne spezifische Forschungsfragen oder Felder der Wissenschaft nicht zielführend sein. Für die praktische Arbeit, vor allem im pädagogischen Bereich, ist es das allemal. Eine weite Definition könnte also lauten, Medien sind Werkzeuge, um die Welt um uns herum zu begreifen, aber gleichzeitig auch solche, um neue Erfahrungsräume zu schaffen. Ein paar Links und Quellen zum Thema findet ihr unter dem Video. Wie immer freuen wir uns über Kommentare, Feedback und wenn ihr das nächste Mal wieder zuschaut. Bis dahin, alles Liebe!